Hallo, ich bin Markus Gude und ich gebe meinen Senf dazu. Hallöchen, ja, Weihnachtszeit geht los. Woran merken wir das? Dass in der Brandenburger die Buden langsam aufgebaut werden. Freue ich mich ja so semi drüber. Es ist weniger Platz zum Laufen und alles ist so eng. Der einzige Grund für mich wirklich auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, der am 20. November startet, ist der Glücklichstand, der betrieben wird wieder vom Lakritz-Kontor. Wir haben ja auch den Stuhlenglock hier im Laden. Richtig leckere Zeug, eigentlich der beste Glühwein. Wird ja auch von der MAZ jährlich ausgezeichnet, ist immer auf Platz 1, großartige Zeug. Wer nicht so lange warten will, dem kann ich die Glühweinbar in der Theaterklausel sehr empfehlen. Immer freitags, immer samstags. Gibt immer ein anderes Thema, letzte Woche waren wir schon da und war sehr, sehr gut. Sehr, sehr lecker. Verschiedenen Grog, Glühwein. Und diese Woche ist, glaube ich, Frankreich Thema. Es gibt Grogs, es gibt Raclette und dazu die passenden Getränke. Dann gibt es immer noch mal Gänseburger. Und irgendwann ist noch mal Japan dran als Thema. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Wurde man mich bestimmt auch sehen, das ein oder andere Mal. Ansonsten freuen wir uns auf die ruhige, beschauliche Weihnachtszeit mit dem Glühwein in der Hand. Bis dann!